Wie schnell kann man Gage als Erwachsener lernen? Heute werde ich dir ein Video von einer meiner Schülerinnen zeigen, die als Erwachsener Gage seit nur einem Jahr lernt und dann wird selbst sehen können, wie schnell oder nicht sie Gage gelernt hat. Hi, mein Name ist Anton Morales, ich bin professioneller Gage und Autor des Buches Gage lernen mit Erfolg als Erwachsener. So, wir kommen auf diese Frage, wie schnell lernt man Gage und eigentlich nicht nur als Erwachsener. Es gibt natürlich alle die Zweifel, die man als Erwachsener lernen kann oder die denken, dass man als Erwachsener nur sehr, sehr langsam Gage lernen kann oder dass es dann sowieso nicht so gut klingen wird. Und es gibt auch die, die wissen, dass man als Erwachsener Gage lernen kann. Aber dann haben die im Kopf diese Vision von Kindern, die Gage seit zehn Jahren lernen und immer noch so spielen. So, und genau. Und dann man fragt sich wirklich, weil genau, jedes Mal, wo jemand spricht über Kinder, die Gage lernen, jeder sagt, sagt mir immer, das klingt schrecklich, ja. Und, aber das muss überhaupt nicht der Fall sein. Und, genau. Und man braucht nicht zehn Jahre, um einen schönen Klang auf die Gage zu haben oder schöne Stücke zu spielen. Und deswegen, ich werde dir gleich so ein Video von Julia zeigen. So, Julia, genau, ist eine Schülerin von mir, die ist Erwachsener. Sie lernt seit ungefähr einem Jahr Gage und es macht aber nur sechs Monate, die sie Gage notorisch mit mir nimmt. Und, genau. Und sie spielt Parole Velkanans, ein sehr schönes Stück. Und, genau. Es gibt auch einen Hintergrund, du wirst hören. Das ist die Begleitung von mir, von meinem Kurs auch. Und, genau. Aber ich lasse dich dann das selbst einmal hören. Das ist die Begleitung von mir. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020